Wir schauen jetzt aber an den Ort, an dem Taylor Swift eigentlich hätte spielen sollen in Wien. Paul Klinsing ist für uns nämlich dort, wo normalerweise jetzt auf jeden Fall die ersten Hunderte von Swift, die sich versammeln würden. Die Konzerte sind alle abgesagt, Paul, wegen eines geplanten Terroranschlags. Was weiß man über die Tatverdächtigen? Ja, fangen wir vielleicht mit dem Hauptverdächtigen an. Der 19-jährige Österreicher, also österreichische Staatsbürgerschaft, soll er haben, aber auch Wurzeln nach Nordmazedonien. Ja, und im Internet ist dann ein Radikalisierungsvideo von ihm aufgetaucht. Heißt, er hat sich zum ISPK angeblich bekannt. Und dem ISPK will ich auch noch mal kurz erklären. Vor nicht allzu langer Zeit gab es ja in Moskau, in der Krokushalle, einen wirklich fürchterlichen Anschlag. 130 Menschen sind da gestorben, damals vier Attentäter, die sich auch zum ISPK bekannt haben, einen IS-Ableger. Ja, und auch der Niederösterreicher soll sich dieser Gruppe solidarisiert haben. Das Video hat man dann schlussendlich aber gefunden, auch durch Hilfe der USA. Also die Behörden haben da anscheinend miteinander zusammengearbeitet. Und schlussendlich konnte man dieses Radikalisierungsvideo dann auch finden und hat dann auch sehr schnell eine Durchsuchung durchgeführt nahe Wien. Ungefähr eine Stunde Autofahrt von hier in einem kleinen Ort. Und das war gestern Mittag dann auch noch mal eine Riesenaktion. 100 Leute mussten da evakuiert werden, weil man Angst hatte, dass in dem Gebäude auch Sprengstoff sein könnte. Man hat zumindest Chemikalien gefunden, die er angeblich von seinem alten Arbeitgeber gestohlen hat. Und die Behörden sind sich ziemlich sicher, dass man durch diese Chemikalien dann auch eine Bombe hätte bauen können. So zum 19-Jährigen. Dann gibt es noch den 17-Jährigen zweiten Tatverdächtigen. Von dem ist jetzt nicht so viel bekannt. Man weiß nur, dass die beiden Personen mithilfe eines verschlüsselten Chatdienstes miteinander kommuniziert haben und auch diesen Anschlag geplant hatten. Auch hier beim Taylor Swift Konzert. Man geht tatsächlich auch von einem Selbstmordattentat aus. Und dann gibt es noch drei Tatverdächtige. Von denen weiß man jetzt aber noch nicht so viel. Das hat wahrscheinlich auch alles mit ermittlungstechnischen Gründen zu tun. Beide oder alle drei sind ja noch auf der Flucht. Deshalb will man da nach außen wahrscheinlich noch nicht so viel Preis geben. Aber es wird europaweit nach diesen drei Personen gesucht. Ja, und eben weil sie auf der Flucht sind, ist es zu gefährlich, jetzt diese Konzerte doch stattfinden zu lassen. Heißt es, 200.000 Menschen wären erwartet worden. Wie fallen denn die Reaktionen jetzt aus auf diese Absage? Ja, vielleicht kann man Taylor Swift auch noch mal ein bisschen einordnen. Die US-Amerikanerin zurzeit ja auf Europatour in Deutschland war es ja wirklich sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht können wir uns auch vor kurzem an die Bilder auch noch erinnern. Beispielsweise in München das Olympiastadion extrem voll. Auf dem Berg daneben haben sie ja auch 20.000 Leute versammelt. Also sie verfügt wirklich über eine große Reichweite. Und viele Menschen wollen sie sehen. Viele haben über ein Jahr auf dieses Konzert gewartet. Deshalb ist man sehr, sehr traurig, dass dieses Konzert oder diese drei Konzerte nicht stattfinden können. Aber schlussendlich kann man das, glaube ich, aber auch irgendwie verstehen. Natürlich, diese Bedrohungslage ist viel, viel wichtiger. Zumindest viel, viel wichtiger, dass das jetzt wirklich abgesagt wurde und dass nichts passiert ist. Aber trotzdem ein Wehmutstroffen für die ganzen Swifties. Denn die Konzerte sollen jetzt nicht nachgeholt werden. Aber die Preise sollen zumindest für die Tickets zurückgestattet werden. Nur ein sehr kleiner Trost. Aber die Sicherheit, die geht natürlich vor. Paul, danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020